Ich hab einen drinnen noch, ja. Ich seh keinen. Jetzt schießen. Da ist der Pawnee bei euch, die Jungs, ne? Vorsichtig. Jaja. Auf den Berg hoch da unten. Ja, ich hab kurz was gesehen. Und auf den Slammer jetzt noch. Oh, alle sind tot. Oh, nice. GG. Wachten, weil wir ja nicht mehr da sind. Könnten sich Tanks holen. Ja. Okay, am besten fliegst du nachladen. Weil so viel hab ich auch nicht mehr. Ich hab noch 24 Skapell. Achso, na gut dann. Der Skyfire. 70. Ihr seid so geil. Gut, dass ihr die weg holt. GATEWAY ist das der Typ halt, ne? Pony getroffen. Hab den getroffen. Die Pony ist getroffen, fliegt weg. Ich bin leer geschossen. Dann würde er aber schon notlanden. Was, Taro? Ja, okay. Ja, hab ich. Die nächste Runde fahr ich wieder. Hat leider schon einen Lotus gelissen, ne? Wir haben. Ähm, ja genau. Rechtsseits ist auch ein Pony. Ey, da liegt die Vibeout. Boah, grün ist in der Zone, ey, Leute. Damals gegen mich. Der macht einen guten Super. Ah, der Pony ist hinter uns oder so. Ne, links von uns. Rechtsseits kommt was, Achtung. Oder hinter uns jetzt. Neophron hat er jetzt anstatt ne Vibeout. Oh, der fliegt hier rum. Ich weiß nicht, was die macht. Oh, was ist das denn hier? Vibeout fliegt uns an. Das ist ne Neophron. Ja, ein Jet ist das. Neophron. Oh, der war so nah. Der fliegt hinter uns. Pass auf, Rante. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ganz gleich. Extrem tief, glaub ich. Braft er nicht mehr. Oh. Er ist abgestürzt in die Stromleitung. Boah. Klar, David, für den Steam nochmal. Ja. Jo. Könnt alle, äh, Billy, bitte frame. Weil er in Du blöd ist. Das war richtig schlecht. Oh Mann, ey. Was macht der denn, der arme Willi da? Ja, keine Ahnung. Aber wir sollten mal Spielfausen machen. Ach ja. Willi, tut mal leid. Ey, Billy macht ne Trigon-Pause. Einfach mal ne Pause machen. Ist auch nicht schlecht. Genau. Einfach mal kein Jet kaufen. Und uns in Ruhe lassen. Und dann können wir euch in der Infanterie schön ausrotten. Hehehe. Ne? Ich dachte, Marit vom Blue Fort, der ist bald in der Stadt. Und der Marit ist immer noch in der Base. Ja, ich guck auch grad schon den Ball. Oh, das ist... Oah. Wie gesagt, das Ding, wenn das auf Geschwindigkeit ist, ist es nur am Wackeln. Ja, ein Marit fährt grad raus und ein Marit ist schon draußen. Der ist immer noch da. Von letztens, ne? Echt? War noch da. Warte, ich glaub der Jet kommt wieder, oder? Kann das sein? Das ist ein Porni. Ah. Wie schlecht ist es, was? Kommt wieder was? Wollt den Porni... Oh. Hab ich den geholt, oder? Ist ein Hummingbird ein normaler? Ja, wir sind nicht so schnell. Du wolltest, okay. Geht nicht so schnell. Alter. Wacht mal. Hallo. Erstmal die Zäune. Ja, erstmal alle Zäune wegmachen, dann sind die daher aber nicht mehr im Weg. Genau. Falls sie es mal eilig haben. Ja, der Jet ist halt rechts jetzt, ne? Ja, ein Jet. Oh, der kommt auf uns. Ah, wir sind schon in der Zone. Hehehe. Ich fick nochmal in die Zone. Ja, okay. Was ist denn hier? Ich warte, bis sie raus sind. Ja, ja. Der ist schlau. Der ist schlau. Neon! Neon mit den Willi-Bloods! Ja. Wer hat da hallo gesagt? Medo, deine Freundin? Ach so, Medo, willst du... Willst du... Mach gleich wechseln, ne? Jo. Was ist mit hallo gesagt? Ich hab hallo gehört. War das von dir? Ne, ich war das. Ich hab zu denen hier unten die hallo gesagt, wo ich mit der Kanone gerade draufsteilte. Hörst du das hier? Hm, die ich jetzt antippe. Hehehe. Kann man uns beide. Ich auch nicht mehr, der kann nur nochmal antippen. Hehehe. Geh aus dem Weg, ich schlapp... du... Stehst in meinem Lock. Hehehe. Hast du wieder alles. Okay, ich mach Unlock. Kannst aussteigen. Alles unter Kontrolle, Jungs. Das ist wie ein Pony, sag ich euch. Du ein bisschen schwerer. Hehehe. Na ja, das Ding ist wie ne alte Oma, Alter. Wie ne so'n Tonne. So, die müssen eigentlich schon relativ gut drin sein, die Neo da. Jaja, ich hab die Neo. Die Neo kommt. Nach dir zu. Die kommt sogar her und wird von eigenen Chat gejagt oder sowas. Kann das sein? Oh, ich glaub die... Oh. Unser... Unser, glaub ich das... Ist abgeschätzt. Hehehe. Ist so geil. Oh, Mann ey. Wie geil. Geh mal über uns, über uns drüber. So, mach mal so'n Sandwich. Pff. Hehehe. Oh, ist doch gleich. Wie komisch. Komm, was zu tun hier? Wenn der jedes Mal abstürzt. Echt mal. Hehehe. Ja. Ah, scheiße. Jetzt ist schon wieder auf dem. Ja, egal. Hummingbird rechts. Oder Pony, weiß ich nicht. Wir sind raus. Wie ihr seid raus? Ja, wir sind raus. Ja, wir sind raus. Achso. Sehr gut. Wie unter uns. Links. Launcher. Okay, seh ich nicht. Ich auch nicht. Ab ihn. Huch. Huch. Auf Slammer. Keimern, wenn man damit... Slammer auf'n, äh... Blue-Frau-Bit. Ich seh'n. Neo aus Green. Hast du den Slammer drinnen, Medo? Äh, noch nicht. Gleich. Ich versuch'n, das zu ordne. Was ist das? Ich hab' noch ne Pony rechts. Ja, wir kommen gleich. Ich seh'n, aber auch nicht so. Ja, der ist ja quasi vor uns jetzt, ne? Jetzt kommt da, kommt ein Jet voraus. Ja, Neo von euch. Ja, Neo von euch. Auf euch. Jet, Jet, ja. Ja, pass auf, ich seh'n. Ich seh'n. Ich seh'n. Ich seh'n. Ich seh'n. Ja, schieß'n. Okay, kriegt einer. Ein Schuss getroffen. Der Hummingbird hier, der kommt. Lass' ihn mal weg. Äh... Wegmachen. Genau. Von vorne schießen die Raketen, nicht von hinten. Amache ist immer noch da, ne? Oh. Ah, okay. Die sind beide getroffen. Die geht down. Auf was wolltest du gehen? Äh, ja, vor uns. Die ist noch... Die kann noch fliegen. Kann noch fliegen. Ui. Steig' mal kurz aus. Eigentlich... Jabba, Jabba, du. Genau. Oh, der stürzt ab. Oh, der ist abgestürzt. Du hast den Piloten rausgesniped. Ich weiß. Bist du'n fucking Lacker, Alter. Ist ja halt nur'n Pawnee voraus. Ja, kommt, garantiere ich dir. Pawnee, seh' ich nicht, der ist zu tief, ne? Ja, ja, der ist mega tief. Steig' mal wieder ein. Wir haben zwei. Drei Pawnys, ne? Einen freundlichen. Was wird das hier vorne angreifen? Was? Ja, kompletten, was? Jo, ne oh. Nice. Ja? In die Schnauz rein. Pam. Tschüss. Ja, das war's dann wohl. Er hat einen Schuss gegeben und tschüss weg war's. Bote ausgeschossen hast du? Nö, ich hab... Willi's grad down. Nee. Pawnee über. Pawnee, Markus. Rechtsseits kommt irgendwas, pass auf. Und wir werden von irgendwas beschossen. Pawnee ist das. Ja, der Pawnee geht... Bum. Down, ja. Ja, der Typ ist rausgesprungen und, äh, ja. Seh'n, ja. Ist zu weit hinweg. Ich hab nur noch so'n weißen Punkt einen runterfallen. Du hast noch genug Schuss, oder? Ja, ich hab noch 400. Wollen noch was machen. Okay, wie's das? Das City sieht richtig leer aus. Oh, Max hat uns grade gekillt. Echt? Ja. Wer? Ja, wo? Ja, Max. Max von unserem eigenen Teamkill. Sind uns reingeflogen. Schieß was auf uns. Schieß was auf uns. Schieß was auf uns gerade zu. Ja, ja, ja. Ah, ich bin rausgeschossen. Ah, du auch. Ah. Ach, Alter. Lass doch mal reporten den Typen. Ich weiß nicht, ob ich das geht. Wir sind nicht aufm HT-Server. Wie kannst du kein reporten? Für MIDI-Server, also. Ja, doch. Ich glaub, du kannst hier auch schon aufm Teamstick raufgehen. Da sind wir Typen-Server. Wanns? 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 Wer ist euch reingeflogen? Max. Max. Max, wo ist hier Max? Ich seh' keinen Max. Ja, da sind wir mit dem Helikopter uns reingeflogen. Vielleicht auch n' Gegner? Ja, ne, warte mal. Ja, Dante spendier'll ich bestimmt noch eine. Was? Nee. Du hast kein Geld mehr, was? Video hoch. Ach du, er hat ja auch Downy angenommen damals. Ja, der Marshal hat dafür gedacht... Ja, der Marshal. Ich hab' den zu spät reinbekommen. Was willst du denn jetzt? Machst du noch n' Pawny, oder das? Nee. Wollt schon sagen. Das war einer. Video hol, was du willst. Die können sich auch n' Cayman holen. Da gibt's immer zwei Caymans. Ja, nur... Oder die machen Blackfoot? Oder die machen Blackfoot? Ja, Blackfoot geht schon eher. Also, was machen wir? Habt ihr genug Geld? Wir spielen ja nicht. Egal, boah, sind die am Trollen hier, ey. Er ist nur Neophon, ihr seid die wegmachen, bitte. Ihr könnt mal, ihr könnt... Ey, ich... Ich hab' ja letzte geholt. Mir egal, ich spiel' alles. Level. Was? Eheh. Bin ich mal um. Ich würd' ja schon gern' Gunner machen, aber ich weiß nicht, ob du... Oh. Das ist schon wieder so schnell, ey. ... in Blackfoot bist. Ja, ich kann's halt... Max ist vom Widerstand, guck doch mal. Kann's halt landen und starten, aber rum mehr auch nicht so viel, ne? Was mit den Werten? Wir sind ja auch noch da. Ihr müsst halt nur auf die Jets aufpassen. Hier müssen die Jets den Rest machen, ja. Ja. Super. Mit den Neophonen da abschießen. Mit den Neophonen? Das wär' gut, ja. Ja, wir sind noch zu weit weg. Rein, 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 rein! Ja, ja, ruhig, ruhig. Einfach hochfliegen und versuchen, wenn er auf euch zukommt. Wartet, wenn er auf euch zukommt, dann einfach schießen. Eine bis zwei. Wo ist denn der Kleine? Über die Stadt. Über der Aller. Über den Wolken. Willi Platz. Ja, ja, ja. Ja, hoch, ne? Erst mal auf die Neodreht, glaub' ich. Die Neodreht jetzt kommt auf uns. Was ist denn das da linksseitig? Nee, noch nicht. Geradeaus voraus, auf 12 Uhr und die Neodreht. Ja, ja, ja. Warte jetzt mal, bis sie ein, bis sie eindreht. Naja, das ist noch bei Deck, ja. Was ist denn das da? Ach, ein Ork-Haus, was ist das da? Wir fielen schon mal verlos, ne? Oh-Haus. Ja, ja, du machst ganz normal einen Job. Da kommt ein Mohawk. Auf geradezu. Ja. Guck mal jetzt nach dem Marshal, der war verpluft vor. Äh, geht nicht. Auf dem Radar seh ich hier noch nichts halt oder so. Guck mal denn da. Willst du erst den hinten oder was? Ja, der hat uns grad weggeholt. Wird ja gar nix los, Alter. Äh, Dante, wie kriegst du's eigentlich, äh, dass du mit dem Blackfoot so mega langsam runtergehst einfach? Y. Was? Y. 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 Y fürs runtergehen, oder was? Der Jet kommt. Ja. Ne, alle hinterher. Alle, 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 alle. Hau drauf! Hau drauf! Ja, ja, ja! MG! Und wenn nicht, geht wieder runter, dann. Hättet einer nach den anderen schießen sollen. Ja, hab ich doch! Duff, 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 duff! Der Marshal vom Plufo da, der war sch... Wir müssen mal auf den. Ich versuch den zu füllen, ja. Ja, ab ihn. Was? Äh, huch, falsche Lasse. Ich hör dich nicht mehr, äh... Meinst du, der ist drin? War's. Der hat ja vor uns auf uns geschossen. Alter auf den Treffen. Ja, der steht wieder drin. Ja, geh runter, dann. Der steht wieder drin, glaub ich. Wo ist sie, Alter? Ja. Der fliegt halt nicht rein, wenn du so guckst. Muss doch natürlich nach oben gucken. Nee, vor uns ist ein Strider-Game-Geber. Aber im Moment macht er nix. Er fliegt nur, er fliegt weg. Äh, eigene Winn. Ah, ne, hier, da ist er. Okay. Ich sehe aber auch mal gar nix, ey. Der kann vielleicht daran liegen, dass wir noch über der Base sind. Siehst du da was schon? Mein Bird. Kommt auf uns. Okay. Da links. Wir machen nachher mal die Müllabfuhr über der Zone. Müsst ihr nicht eure Skalpell vollfallern? Sind wir noch drinnen oder draußen? Ich glaube, ich hab ihn einmal getroffen. Wir sind noch draußen. Ist gerade was drin? Ah, da. Scheiße. Jetzt gerade feuern können. Ah, ne, ist vorbei. Der ist so tief. Okay. Boot ausgeschossen, das Wund. Äh. Das ist links jetzt. Ah, päh, päh. Der Jet kommt wieder? Ja. Hier vorne sind Infanteristen, wo du ihnst weiter weggemacht hast. Sagt die Karte, ne? Zwei Leute. Okay. Siehst du was hier vorne? Nö, das brennt alles, aber da ist da nix. Da sind keine. Hier irgendwo. Ne, da sind keine. Ich weiß schon, wo du meinst. Da sind touch-open. Da ist ja die Neo drin. Nimm mal die Ass-Raum. Der Marsch ist draußen. Der Marsch ist draußen. Okay. Siehst du ihn irgendwo? Der ist hinter uns, ne? Oder wo ist der? Der Marsch ist hier jetzt bumpen. Würde ich mal so behaupten. Ist der hinter uns? Oder ist der vor uns? Also, Frank. Wenn du die Neo drin hast. Ja. 1-3 Schusstechnik. Was? 1-3. Bumm. Bumm. Achso. Der ist niemals draußen, oder? Außen drin. Meinst du? Er schießt auf uns, pass auf. Ja. Er wurde von Dante getötet. Ich mein, die Neo ist weg, oder? Neos hab ich nicht mehr drauf, auf jeden Fall. Ich hab grad mit gar nichts drauf. Ja. Jo. Die Neo nicht drin. Hast du die drin? Ja, ich hab die drin. Ich krieg mal ein bisschen. Von der Base weg. Ich mach. Wer war da drinne? In dem Marsch? Äh, in dem Marsch war... Es waren nur 2 drin, aber in dem Vehikel gerade waren 4. Links von uns. Oder voraus sind da Fahrzeuge. Ja, links von uns ist was, ne? Fahrzeuge riecht gar nichts. So mies gerade, Alter. Die Arme, ey. Sowas bekämpfen wir normalerweise immer. Aber wir sind fair, wir fliegen rum, ne? Also... Porni drin. Ja, nix. Was von uns? Nix auf Porni-Ars ran. Fliegst du nochmal bis City, oder was? Ehm. Nimm Dagger rein und dann... Bei der Base. So. An die Fahrzeuge. Ist hier deine Häuser kaputt. Boah, hier ist doch irgendwas... Was ist das da rechts? Pass auf, da kommen was. Ich hab da nur einen Geländewagen. Boah, das ist nix, ey. Sag Bescheid, ne? Boah, ich hab einen Marsch da drin. Komm hier. Jo. Da ist noch drin in der Base, ne? Warte, ich guck mal. Boah, da kommt einer... Ey, die fahren raus. Da fahren ein Geländewagen. Fährt gerade raus bei Blau. Direkt bei uns. Ja. Ja. Weiß nicht was das ist, aber... Passraum rein. Hast du ein Buzzard hinter euch, ne? Ja, ein Buzzard kommt. Hinter uns. Ne, ne, ne. Ich flieg gerade tief und dann zum Base. Nach uns. Auch hinter uns. Ja, pass auf, der fliegt hinter euch. Ja, ja. Das war ... Vielen Dank.